Die Politik hat ein hohes Interesse daran, dass der Armin Wolf und seine Kollegen, seine kritischen Kollegen, nicht mehr so viel Macht haben, wie sie derzeit haben. Man könnte es nicht mehr so unabhängig bewegen können. Die neue Struktur, die geplant ist von oben, soll das auch verhindern. Und die Redaktion wird sich mit aller Macht ergeben. Das spielt sich in diesen Wochen und Tagen hinter den Kulissen ab. Es wird nächste Woche wieder einen Brief des Redakteursrates geben an die Geschäftsführung. In diesem Brief des Redakteursrates wird drinstehen, nein, sie schlagen nicht selber eine Struktur vor, aber sie werden auflisten, was die Nachteile und Vorteile der und der Struktur sind und der und der Struktur sind. Es wird ein intensives Match über die nächsten Wochen und Monate geben. Sie haben bestimmt schon gehört davon, dass Minister Trotzda gesagt hat, es werde im Frühjahr eine ORF-Enquete geben, eine Minister-Enquete. Die wurde für März erwartet und wurde verschoben. Die wurde für April erwartet. Bisher weiß noch keiner, wer bei dieser Enquete sicher teilnehmen soll, wann sie ist. Und dann muss der Schublade aus ganz gleiche ein wenig Platz sein. Also wird die Hinoption ein wenig Platz sein. Ich bin호�sprecher der Schublade aus dem Fernseher und der Inquete sicher drinstehen. Ich bin mit dem Platz. Ich bin wie ich bin aber glücklich. Ich bin ein bisschen glücklich. Ich bin glücklich. Ich bin dann glücklich geworden. Ich bin glücklich. Untertitelung des ZDF, 2020